Hallo zusammen, es gibt nicht neue Richtlinien, aber die sind eigentlich schon von 2016 mit Übergangsfrist und das ist eine EU-Richtlinie. Und zwar Notbeleuchtung bei Stromausfall. Früher war das so, bei Räumen, die über 20 Quadratmeter hatten, brauchte es schon eine Notbeleuchtung. Heute ist das aber schon ab 4 Quadratmeter. Früher war es ab minus 10 Grad, heute ist es ab 0 Grad. Und sogar Räume, die nicht 0 Grad funktionieren könnten. Also schon Kühlräume beim Metzger ist schon mal grenzwertig. Das beruht sich alles auf der europäischen Norm 378 oder 378 minus 1 von 2016. Diese Normen könnt ihr aber nicht frei bei Eurolex oder so runterladen, die müsst ihr erwerben. Also die sind nicht frei zugänglich. Ich habe hier einen Auszug von der SUWA zusammengefasst und hier die Checkliste von SUWA. Die findet ihr aber nicht auf der Homepage von SUWA. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt. Das gilt aber auch für Deutschland, Österreich und der Rest der EU. Neu braucht man eine ständige Notbeleuchtung für Stromausfall. Das heißt, ich habe hier jetzt so ein Teil und dann muss das leuchten, wo der Ausgang ist. Man sieht es relativ schlecht, aber das ist ja nicht definiert. Definiert ist nur die Stärke von drei Lux. Also wenn ein Notfall ist, aber eben ab Räume mit drei, mit zehn Kubik Inhalt, also ein Raum zweimal zweimal zweieinhalb Meter, das braucht ihr bereits eine solche Notbeleuchtung. So markieren, wo der Ausgang ist und die müsst dann auch definiert zwölf Stunden lang, ne sorry, mindestens zehn Stunden lang ohne Stromversorgung auskommen. Ich hoffe nicht, dass einer zehn Stunden lang im Tiefkühlraum drin ist, weil bei dementsprechender Kleidung, da gehe ich ja fast mit den Turnschuhen rein, so ein kleiner Raum, wenn er da nicht rauskommt, hält auch zehn Stunden nicht mehr. Warum mache ich jetzt das Video? Wir haben einen Kunden, kennt ihr vielleicht McDonalds, einen Kühlcontainer geliefert. Beim Kühlcontainer ist es aber ein mobiles Kühleinrichtung. Dann gelten wieder andere Normen. Nur das Arbeitsinspektorat hat gesagt, ja der steht mehr als zwei Wochen. Dann ist es bereits ein festes Teil. Und so müssten wir jetzt diesen Notbeleuchtung nachrüsten. Das gleiche geht auch um Personenalarm in Tiefkühlräumen. Das hat sich auch geändert. Das verlinke ich euch hier im Video. Diese Normen kann ich euch nicht geben, weil die müsst ihr erwerben. Also wenn einer noch diese Norm 378-1 hat, das PDF, kann er mal sie zumailen. Die Kontaktstaaten stehen unten im Videobeschrieb. Ich will sie nicht kaufen, weil ich schaue mich an. Hier das Video von Personenalarm und ich wünsche euch einen schönen Tag.